Hallo alle zusammen, das Canon 100-500mm RF für den Wildlife- oder Sport-Action-Fotograf ist ein sehr interessantes Objektiv. Ich habe mir das Ganze hier ein bisschen genauer angeschaut und ich möchte in diesem Video erst einmal das Hands-on machen. Das heißt, wir schauen das Objektiv an, ich spreche jetzt ein bisschen darüber, was ich bisher damit gemacht habe, wie mein Eindruck davon ist. Und das ist aber eher ein Vorab-Fazit, so ein Zwischen-Fazit. Es gibt dann im Nachtrag nochmal ein zweites Video, wo ich ausführlich auf das Objektiv eingehe, wo nochmal detailliert auch reingeschaut wird, was das tatsächlich in der Praxis ausmacht. Also hier erstmal der Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Fangen wir an. Das Objektiv an sich hat eine Brennweite von 100-500mm und es ist vor allen Dingen für die, die Landschaft und Wildlife kombinieren wollen, ziemlich interessant. Weil diesen Brennweitenbereich gibt es so nicht am Markt von keinem anderen Hersteller, von keinem anderen Brand. Und für den RF-Mount ist es natürlich ideal, weil du hast Vollformat, du hast eine sehr kompakte Bauweise und, und, und. Also viele Vorteile auf deiner Seite. Nachteile gibt es natürlich auch dort, wo Licht ist, ist auch Schatten meistens. Darüber sprechen wir aber gleich. An und für sich, was ich grundsätzlich an dem Objektiv mag, das ist natürlich der Brennweitenbereich. Weil ich im Landschaftsbereich ab 200mm schon ziemlich nah dran bin meistens und 100mm bedeutet, ich kann noch ein bisschen weiter rauszoomen. Nur mal zum Vergleich, das 200-600mm von Sony, das hat 200-600mm, hat am anderen Ende also 100mm mehr Brennweite. Bedeutet aber auch zu Beginn, bei 200mm zu beginnen, das ist meistens schon zu nah. Also gerade in den Bergen oder Berge und Wälder in Kombination, da ist mir das meistens einfach zu nah mit 200mm. Da wünschte ich mir jetzt öfter in der Vergangenheit etwas weniger Brennweite, also 150, 100mm so in die Richtung, um einfach mehr im Vordergrund noch mit rein zu bekommen. Und das geht mit diesem Objektiv und das ist ziemlich schön. Also hier muss ich sagen, es ist einfach sehr verführerisch für alle Landschafts- und Tierfotografen, das Objektiv dann doch mal eher anzuschauen, wenn du den Canon RF-Mount benutzt. Wie ist das Objektiv verbaut, was bietet es eigentlich so haptisch und so weiter und so fort, das schauen wir jetzt auch sofort an. Das Objektiv fasst sich hochwertig an, hat nicht komplett die Metalloberfläche, also es ist hier vorn alles Plastik und hier auch. Am Anschluss hier oben dran ist es natürlich Metall und da fühlt sich das auch an, als wäre das so ein Plastik-Metall-Mix, was ein bisschen legiert wurde oder lackiert wurde in der Richtung. Also hier oben fasst es sich hochwertiger nochmal an in Richtung Metall, als hier unten. Hier unten hat es eher die Optik oder die Haptik und die Optik von den gewohnten RF-Linsen, die auch teilweise günstiger sind. Fühlt sich aber nicht billig an oder einfach, sondern schon trotzdem hochwertig. Ihr habt es gerade eben gehört, es gibt hier diesen Klickring, der ist hier oben dran direkt am Mount. Ich kann das nochmal kurz drehen für euch und alle, die diese Ringe bisher sehr gern für sich einsetzen, weil du eben Funktionen drauf gelegt hast und das von den anderen RF-Linsen kennst und möchtest, kannst du ja genauso machen. Du kannst Funktionen drauflegen, du kannst dir das Ganze auch freilassen, du kannst es unbelegt lassen, so wie ich das immer mache. Das ist die Überlassung. Dann gibt es einen zweiten Einstellring daneben, das ist der für den Fokus, wenn du manuell fokussieren möchtest. Der ist nicht zu leicht, nicht zu schwer, eher ein Ticken leicht gehend, aber völlig okay und ich fokussiere selten mit so einer Brennweite manuell vor. Dementsprechend ist es für mich eher irrelevant. Dann hast du noch einen dritten Einstellring, es gibt noch ein paar an diesem Objektiv, wo du die Schwergängigkeit des Zooms einstellen kannst. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte, dass es ganz leicht geht, wie jetzt, dann fährt der Tubus sehr, sehr leicht wirklich raus und wenn du sagst, ich möchte es eher schwergängig haben, dann stellst du es nach rechts ein und dann geht es schwerer, also deutlich schwerer, aber jetzt nicht so, dass es ständig blockieren würde. Das funktioniert trotzdem, dass du relativ smooth und etwas leichter oder etwas schwerer, als das vorher der Fall war, trotzdem rauszoomen kannst. Und dann gibt es den letzten, wie ihr gerade gesehen habt, hier eben den Einstellring für die Brennweite. 100 Millimeter beginnt das Ganze und bei 500 ist dann Schluss und ihr seht, ich muss schon recht weit umfassen, also vom Zoom-Weg finde ich es nicht ideal, das hätte kürzer sein müssen für mich. Ja, jetzt kannst du sagen, ich kann jetzt besser abstufen, wenn ich nur 135 Millimeter oder nur 200 Millimeter möchte, ja, okay, aber die Wildlife-Fotografen unter uns, die werden in der Regel die längeren Brennweite benutzen, also irgendwas 400 bis 500 Millimeter und dann noch reinkroppen im Nachhinein oder eben voll rauszoomen auf 100 Millimeter. Und ich denke, dazwischen ist es eher selten, dass man da die Brennweite sucht und schnell haben muss. Demzufolge, hätte man das etwas kürzer halten können für meine Begriffe, aber das bin jetzt nur ich in meiner Art der Fotografie. Das sind die Dinge, die dich haptisch erwarten und dann gibt es aber auch noch verschiedene Einstellknöpfe, was ich grundsätzlich immer gut finde an Objektiven. Du hast die Möglichkeit, obendran den Fokusbereich festzulegen, also möchtest du den vollen Fokusbereich von 100 Millimeter zu 500 Millimeter haben oder möchtest du ihn auf drei Metern und dann unendlich begrenzen. Gerade die, die Wildlife fotografieren oder am Fußballrand oder irgendwo Sport-Action fotografieren, die jetzt nicht möchten, dass der Fokus zurück zu dir springt. Wenn vorn irgendjemand rumläuft oder ein Geäst im Vortogrund ist, dann kannst du das begrenzen. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellmöglichkeit, wenn du es brauchst. Und das sehe ich in der Praxis auch, dass das tatsächlich wirklich gut ist. Du hast den Schalter für Autofokus und manuellen Fokus. Gut, dass es den gibt. Den gibt es ja auch nicht bei allen Objektiven. Dann kannst du den Bildstabilisator ein- und ausschalten. Der ist bei mir grundsätzlich an, weil ich damit selten vom Stativ fotografiere. Und du hast noch drei verschiedene Stabilisationsmodi, die du dementsprechend benutzen kannst. Der ist bei mir standardmäßig auf der 1. Das sind die Tasten. Das ist die Haptik. Und natürlich gibt es an diesem Objektiv auch noch diese Stativschelle, die du hier dir auch frei verschieben kannst, wohin du möchtest. Ich habe sie eigentlich eher obendran, weil ich das Objektiv so benutze und die Stativschelle obendran ist. Das heißt, ich kann das Objektiv so schön in die Hand nehmen, kann fotografieren aus der Hand ohne Stativ, was ich meistens wie gesagt mache. Und du kannst das Objektiv aber auch in die Kamera so tragen. Also es ist gerade unterwegs ziemlich praktisch und für mich taugt das recht gut. Hier hätte ich mir gewünscht, wenn man hier einen Klickmechanismus gehabt hätte, damit du genau weißt, wo du mit der Stativschelle eben gerade bist. Oben oder unten oder an der Seite für vertikal und horizontal. Das wäre schon ziemlich gut gewesen, weil Klicken erzeugt immer den Eindruck, das passt, das ist eingerastet. So muss ich schauen, ob die Einstellung auf diesem Strich, der markiert ist, exakt darauf passt. Und ja, das finde ich, wenn es hell ist, wenn es dunkel ist, ist das schon schwieriger. Dann leuchte ich an, dann kann es sein, ich verfehle das ein bisschen. Das sind so Sachen, die hätte ich mir gewünscht, weil es Objektiv einfach schon sehr preisintensiv ist. Und dann kannst du erwarten, dass die Dinge dann eben konsequent bis zum Ende durchdacht werden und auch umgesetzt werden. Okay, so viel dazu. Hier vorne gibt es natürlich ein 77 mm Filtergewinde. Das heißt, wenn du Filter benutzen möchtest, kannst du das tun. 77 mm ist durchaus okay von der Größe. Also sind die Filter auch alle noch bezahlbar. Und hier hinten schauen wir auch noch rein. Wenn ich das jetzt abbekomme von der Kamera. Ja, genau. Und so haben wir hier hinten auch noch dementsprechend keine Filtermöglichkeit. Also du kannst keine Filter hier hinten reinschieben. Aber du hast ein Spritz- und Staubwasser geschütztes Objektiv. Und das ist mal ein Spritzwasserschutz. Also das ist mal ein Dichtungsgummi, so wie du dir ihn wünschst. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt hier sehen. Aber das ist der dickste Gummi an einem Objektiv, den ich je gesehen habe. So einen habe ich noch nie an einem Objektiv irgendwo gesehen. Geschweige denn, ja, an der Kamera benutzen können. Also dieser Dichtungsgummi sagt mir, wenn ich im Regen stehe mit dieser Kamera, dann passiert nichts. Und das kann auch länger der Fall sein, weil einfach das Objektiv alles dicht hält. Und ich muss überhaupt keine Sorgen haben, dass mir das Objektiv irgendwie ja Wasser reinlässt unter dergleichen. Das ist beim Sony, wir schauen mal eben kurz drauf, anders. Also dieser Gummi ist, der ist da, er ist da, okay. Okay, aber so klein und so dünn, dass ich jetzt nicht weiß, inwieweit mir das bei Regen, bei Feuchtigkeit, bei Staub und so weiter, das Ganze vom Sensor und von der Kamera fernhält. Geht natürlich auch mit dem Objektiv und mit dementsprechenden Kameras. Ja, soll theoretisch funktionieren. Aber rein vom Vertrauen, rein emotional betrachtet, ist das Ganze hier tatsächlich vorhanden. Und dem traue ich deutlich mehr über den Weg, als bei dem anderen Objektiv. So, wie ist das jetzt mit der Größe und dem Gewicht? Das Objektiv wiegt laut Canon anderthalb Kilogramm. Ja, okay, so fühlt es sich an. Es fühlt sich aber nicht schwer an. Also die Kombination mit der R5 oder vielleicht der R6 II und so weiter, was du daran benutzen kannst, ist nicht zu schwer. Also nur mal zum Vergleich, das 200 bis 600 und daran noch die Sony, die ja jetzt auch inzwischen vielleicht, wenn du sie mit einem Käfig benutzt und so weiter, auch schon ein bisschen was wiegt. Das ist deutlich schwerer. Das wiegt deutlich mehr. Das ist auch klobiger als das. Hat zwar mehr Brennweite und bessere Blendenwerte, aber das ist einfach kleiner und kompakter. Und das kann unterwegs schon das Thema sein. Also für den Rucksack sowieso. Das bekomme ich ohne Probleme in den Rucksack. Also von der Kamera getrennt natürlich und ohne Gegenlichtblende. Bei diesem Objektiv, ja, da haben wir dann schon ein bisschen mehr in der Hand. Ich hoffe, wir können das gerade sehen. Also das Objektiv ist deutlich größer und länger. Auch ohne Gegenlichtblende. Und das ist tatsächlich ein Thema, wenn du Packmaß, Gewicht und so weiter, wirklich auf das letzte bisschen dir einrichten und ausrechnen musst, dann wäre wahrscheinlich eher dieses Objektiv die erste Wahl. Wenn es wirklich nur ums Packmaß geht. Bildqualitätstechnisch ist das wieder was anderes. Und wir haben ja auch hier die Blendenwerte von 4,5 bis 7,1. Also 500 Millimeter bei Blende 7,1. Das klingt jetzt erstmal nicht mehr viel. Aber an Vollformat ist das wirklich eine ganze Menge. Was genau, sehen wir uns demnächst in den Bildern im zweiten Video an. Aber ich konnte damit wirklich gut fotografieren. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Blendenwerte irgendwie dafür sorgen, dass der Hintergrund seltsam aussieht oder dass alles nur scharf ist und nichts freigestellt werden kann. Das ist totaler Quatsch. Also du kannst damit wirklich gut Wildlife fotografieren. Und es hat sich wirklich auch sehr, sehr gut angefühlt. Das Objektiv ist sehr responsiv. Also mit der R5, die nicht den besten Autofokus auf dem Markt mehr hat, aber zumindest einen sehr, sehr guten Autofokus nach wie vor besitzt, kannst du damit wirklich richtig gut fotografieren. Und ich muss sagen, als das Objektiv ankam und ich habe es benutzt, an die Kamera angeschlossen, habe ich meine ersten Fotos gemacht und direkt die ersten Fotos waren knackscharf. On point, der Autofokus saß auf den kleinen Vögeln, die ich fotografiert habe. Das kenne ich von dieser Kombination mit der A7R5, die ja einen tollen Autofokus auch hat, überhaupt nicht. Also das ist deutlich schwieriger, mit dieser Kombination hinzubekommen. Das bin jetzt nur ich mit meiner Kamera, mit meinem Know-how. Aber als Nicht-Profi-Wildlife-Fotograf muss ich sagen, damit habe ich ein deutlich leichteres Leben, weil diese Kombination einfach fast immer liefert. Und da muss schon viel dazukommen, dass ich die Shots nicht bekomme, die ich bekommen möchte. Ich zeige euch nochmal kurz zum Größenvergleich, das habe ich gerade eben vergessen, nochmal das Objektiv neben dem Sony, dass wir das auch nochmal haben. Also das sind beide jetzt ohne Gegenlichtblende. Hier, okay, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ja, so. Und das ist natürlich ein bisschen die Mogelpackung, ja, ich weiß. Wir müssen das Objektiv jetzt hier ausfahren. Bei 500 Millimetern sind wir dann bei so einer Größe und da siehst du, so viel ist das dann gar nicht mehr. Also komplett ausgefahren ist das dann schon fast so groß wie das 200-600 von Sony, wiegt aber immer noch nicht so viel und kommt nicht so klobig daher. Ja, ich habe es gerade eben gesagt, also Größe, Packmaß und Gewicht, das ist halt so ein Thema. Und wenn dir das wichtig ist, dann vielleicht eher an diese Richtung schauen, weil ich denke, das könnte tatsächlich für dich, zumindest in Packmaß, die Probleme lösen oder erst gar keine Probleme erzeugen. Okay, soviel das erste Zwischenfazit. Ihr merkt, ich bin ein bisschen angetriggert von diesem Objektiv. Ja, es ist sehr teuer, es ist definitiv sehr teuer. Also ich habe jetzt auf dem Markt ungefähr für 2.800 oder fast 3.000 Euro gesehen. Und es sind die günstigsten Preise gebraucht. Im Straßenpreis liegt es ungefähr bei 2.600, 2.700 Euro. Das ist nicht so viel besser als der Neupreis. Also das ist schon echt gepfeffert, dieser Preis. Und es bleibt ein bisschen abzuwarten, ob der Preis sich hält. Also wenn viele von euch das Objektiv nicht kaufen, fällt der Preis, zwangsläufig irgendwann, muss ja fallen. Das Sony ist deutlich günstiger. Das bekommst du mindestens 1.000 Euro günstiger, neu. Beziehungsweise lag das letztens im Sale für 1.500 Euro. Also das ist dann halt schon eine Kampfansage. Wenn du mehr Brennweite, bessere Blendenwerte bekommst und Packmaß für dich keine Rolle spielt, dann vielleicht eher das Sony anschauen. Aber jetzt muss ich sagen, das Canon, das liefert halt auch. Also das muss man wirklich, das muss man bedenken. Und der Brennweitenbereich, der ist eben einzigartig. Also 100 bis 500 Millimeter finde ich super interessant. Also wirklich sehr, sehr attraktiv, weil du eben Landschaft mehr einbinden kannst mit 100 Millimetern. Und das geht eben mit dem Sony nicht. Und andere Linsen sind dann wieder zu kurz am Ende hinten raus, haben nur 400 Millimeter. Das musst du einfach bedenken. Also zum ersten Hands-on muss ich sagen, das ist eine tolle Linse. Sie ist einfach viel zu teuer. Also total überteuert für meine Begriffe. Und wir brauchen dringend Dritthersteller, die sowas eben aufgreifen, die sowas dann für uns produzieren, nur eben etwas günstiger, vielleicht noch ein bisschen kleiner. Dann passt das, dann stimmt das Verhältnis. Allerdings ist es auch so, für alle, die damit Geld verdienen, die quasi professionell in dem Bereich unterwegs sind oder einfach sich was gönnen wollen, bekommst du schon wirklich was Gutes geliefert. Und das darf man nicht vergessen. Also Qualität stimmt dann schon für den Preis. Zumindest, wenn man es jetzt für sich professionell benutzt und vor allen Dingen darauf angewiesen ist, dann stimmt das wirklich schon. Okay. Aber alles Weitere dann in dem ausführlichen Review. Das kommt dann noch. Soweit erstmal mein erster Eindruck. Ich hoffe, das war interessant. Schreibt mir bitte gern unter dieses Video, was ihr von dem Objektiv haltet. Ob ihr es vielleicht schon hattet oder es interessant findet. Und was ich mit dem Objektiv noch machen soll für das Review, damit der Test dann auch wirklich zu dir passt, damit auch die Sachen mit drin sind. Schreibt es gerne unter dieses Video. Wenn es rechtzeitig reinkommt mit deinem Kommentar, dann greife ich das auf jeden Fall mit auf in dem Langzeit-Review zu diesem Objektiv oder zum ausführlichen Review, sagen wir es so. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, unbedingt meinen Kanal abonnieren, einen Like hier dalassen für dieses Video. Und da würde ich sagen, bleibt gespannt. Schaut gern auf Instagram vorbei. Da nehme ich euch natürlich regelmäßig mit zu diesem Objektiv. Und da seht ihr auch Neuigkeiten, wenn es dazu etwas Neues zu sagen gibt. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.